Björn Flohbak ist ein norwegischer Theater- und Filmschauspieler. Karriere Flohbak startete seine Arbeit am D.E.T. Norske Theatret 1972 und war in zahlreichen Bühnenstücken wie Der Hausmeister, Eines langen Tagesreise in die Nacht und Die heilige Johanna der Schlachthöfe als Darsteller zu sehen. In Stücken wie Volporn und Fräulein Juli war er jeweils in Hauptrollen besetzt. Auch am Nationaltheatret in Oslo trat er auf. Als Filmschauspieler wurde er 1976 aktiv, als er in dem norwegischen SCI FIFILM OSS eine Rolle übernahm. In den 70er und 80er Jahren spielte er in einer ganzen Reihe norwegischer Filme mit und war an der Seite diverser anderer mehr oder weniger bekannter Darsteller zu sehen. Der Durchbruch gelang ihm 1993 mit dem Film Telegraphisten, in welchem er die Hauptrolle spielte. 1997 spielte er in dem Krimi Todesschlaf die Rolle des Schurken. Seine nächste größere Rolle hatte er 2002 in dem Drama Diener Meine Geschichte, in welchem er Dieners Vater verkörperte. 2006 spielte er in dem Thriller Uro erneut die Rolle des Schurken. Für diese Rolle erhielt er gute Kritiken und galt als der beste Darsteller von Bösewichten in Norwegen. Danach spielte er von 2007 bis 2012 in den Verfilmungen der Kriminalromane des Schriftstellers Gunnar Stahl-Esen über den Privatdetektiv Wagweum. Die Rolle des Polizeiinspektors Jakob Hamri. Die Reihe wurde in der ersten Staffel in der ARD bzw. in späteren Folgen durch das ZDF unter dem Titel Der Wolf ausgestrahlt. Filmografie, 1976 OSS, 1983 Spionageschiff, 1985 Oye for Oye, 1988 Blücher, 1990 Hermann und der König von Belgien, 1993 Telegraphisten, 1994 T.I. Neifer I. Hayatet, 1995 Horadu I.K. H.V.A.J.T.G. Siehe, 1997 Das Auge des Adlers, 1997 Todesschlaf, 1998 Der Letzte Mord, 1999 Sophias Welt, 1999 Misery Haber, 2000 Sophias Welt, 2000 Dükkarin, 2000 Ekingut, Die Kraft der Freundschaft, 2002 Diener, Meine Geschichte, 2002 Musik für Hochzeiten und Begräbnisse, 2003 Kitchen Stories, 2003 Operations der La Polaris, 2003 Der chaotische Elterntausch, 2003 zu 2004 Der Adler, Die Spur des Verbrechens, 2004 Die Rückkehr des Tanzlehrers, 2003 Die Tote am See, 2004 UNO, 2006 Uro, 2007 Der Kommissar und das Meer, 2007 Vakweum Betrieblomster, 2008 Vakweum Turnerrose, 2008 Vakweum Dintildoden, 2008 LONSJ, 2008 Vakweum Fallenengler, 2008 Vakweum Karwinenikjolisch Kapet, 2008 Vakweum Begraf der Hunder, 2010 Ein Mann von Welt, 2010 Kennedys Hirn, 2010 Vakweum Skriftenpaarwägen, 2011 Vakweum Swartefahr, 2011 Vakweum Dodensdrabanter, 2011 Vakweum E-Morket R Alle Ulva G.R.A., 2012 Vakweum Caldehajeta, 2012 90 Minuta, 2014 Jagdenpaar Berlusconi, 2014 Kingsman, The Secret Service u er容赚, 2012 NEGLOTAX, 2014 Rezeption Aviation, 2010 Vakweum NotLife, 2015 Du Stay Ever now Vakweum Vakweum комп �� Vakweum Vakweum вд B at